Liebe Kunden, liebe Mitarbeiter, liebe Freunde des Hauses, es war ein ereignisreiches Jahr 2021. Es war auch für uns kein einfaches Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. Bedanken möchte ich mich für Ihre Unterstützung im Bereich unserer Berufskleidung, im Bereich unserer Arbeitsschutzprodukte, im Bereich unserer Stickerei sowie den Pandemie-Produkten. Danken möchte ich mich für Ihre Geduld, Treue, Ihr Vertrauen, auch Ihr Verständnis, auch in dieser harten Zeit, manchmal auch für längere Lieferzeiten, sowie Ihre partnerschaftliche, regionale Miteinander. Ganz herzlich möchte ich ein großes Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen. Wir sind ein tolles Team, wir haben viel geleistet miteinander, und wir sind auch in diesem Jahr sehr respektvoll miteinander umgegangen. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns auf ein spannendes, erfolgreiches Jahr 2022. Die Geschäftsleitung Marion Lochmann und Michelle Lochmann, sowie das gesamte Lochmann-Team, wünschen Ihnen ein schönes, erholsames, ruhiges Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2022. Frohe Weihnachten! Alles Gute! Vielen Dank.